Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben heute Ostermontag im Jahre 2018. Und ich bin heute bereit, mich mal so richtig in die Nesseln zu setzen. Mir mal so richtig Feinde wieder zu schaffen, weil das ist doch das, was das Leben so aufregend macht. So, um was geht es? Kurz und zackig gesagt. Ihr wisst ja, ich habe jetzt verschiedene Videos gemacht, wo es um Kettensägen geht und Bäume umsägen und Kleinsägen und so weiter. Und ich habe mich auch schon darüber beschwert, über die vielen Leute, die ihr Maul aufreißen, sind im Prinzip struntblöd halt eben, aber müssen ihre Meinung abgeben. Wenn jemand irgendwo wann mal einen Baum umsägt, dann hat er entweder keinen Schutzhelm auf, keine Schutzhandschuhe, keine Schutzhose, keine Schutzschuhe und die Kette ist nicht gespannt und die qualmt zu sehr. Und sie haben an allen was zu meckern und haben in der Regel noch nie in ihrem Leben auch nur ein einziges Mal einen Baum umgesägt. Hm, so, Döle. Gut. Aber es ist immer wieder ein Thema Schutzhose. Schnittschutzhose. Und ich habe mir eine, ich ziehe mal diese dammischen Handschuhe aus, wie Sie sehen hier, habe ich mir eine Schnittschutzhose gekauft. Gut. So, Döle. Äh, Problem war gewesen, ich wusste nicht genau welche Größe. Kommen wir gleich dazu. Ich wusste nicht genau welche Größe ich nehme und das ist die Größe 56 und die war mir unten zu lang. Und da habe ich halt einfach alles was zu lang war unten abgeschnitten. Und so kam ich zu diesen zwei Teilen hier. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Auf alle Fälle, ich habe mir bei Ebay eine Schnittschutzhose gekauft, der Schutzklasse 1. Das ist eine gebräuchliche. Sie hat vorne den Schutz, hinten ist sie frei. Und sie ist verdammt schwer, aber ist eigentlich doch relativ noch tragbar halt eben. So, Döle. Nun kommen wir mal weiter. Um was geht es überhaupt in diesem Video? Ha, dann werden wir mal schauen. Einen Moment. So, hier, weiter. Da mir die Hose also zu lang war und ich sie da nicht umkrempeln wollte, weil dann wird die ja so dick unten, habe ich einfach das was zu lang ist unten abgeschnitten. Habe es schön wieder, äh, naja schön nicht, aber ich habe es wieder schön zusammengenäht, damit die Fasern da nicht rausfallen. Und habe auch diese zwei Teile, die ich hier habe, von den Hosenbeinen, habe ich auch wieder zugemacht und habe mir einen sogenannten Pulsschutz draus gebaut. Pulsschutz, also das ist so eine Erfindung von mir, weil ich die Dinger nicht wegschmeißen wollte. Das heißt also, ich nehme mir jetzt das hier. Mal schauen, ob es schön klappt, so wie ich mir das vorstelle. Und jetzt habe ich noch, falls mal die Kette abspringt, habe ich jetzt hier zwei so eine Dinger, wo ich um den Arm machen kann. Meistens ist der rechte Arm ja der wichtigste, wo ich noch einen gewissen Schutz für den Arm habe. Aber darauf will ich heute gar nicht hinaus. Ich will auf was ganz anderes hinaus. Aber wer mal eine Hose kauft, die zu lang ist, soll unten nicht wegschmeißen, soll es zusammennähen und damit hat sich das. Aber während ich hier genäht habe, sind ja immer diese Fäden hier rausgegangen. Sehen Sie mal hier, schauen Sie mal, da sind schöne lange Fäden drin. Die sind manchmal bis zu einem halben Meter lang und die sind unheimlich stabil. Übrigens, diese Hose, das Material ist identisch mit 80% aller anderen Schnittschutzhosen. Es gibt dann nur verschiedene Unterschiede in der Art und Weise, wie sie gemacht ist. Ob sie Rundumschutz hat und ob sie Rückenschutz hat, ob sie Bauchschutz hat oder ob sie praktisch nur einen reinen Vorderbeinschutz hat. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Thema ist, dass fast alle Schnittschutzhosen, zumindest der Klasse 1 und das sind die gebräuchliche Klasse, diese Art von Stoff haben. Ist Atmung aktiv, soll das schwere Gewicht dieser Fasern auch noch ein bisschen reduzieren halt eben, weil es sonst zu schwer wäre. Ja, und da es mir mühselig war, mit einer Schere hier diese Fasern ein bisschen abzuschneiden, habe ich folgendes gemacht. Da habe ich einfach ein Feuerzeug genommen und bin hier so lang gegangen, damit ich besser nähen kann. Und da kam eine seltsame Überraschung zutage, die ich für extrem gefährlich und, naja, gefährlich halte. Oder wo, was, überhaupt nicht. Ich will euch das mal zeigen. Ich nehme mal nur dieses Stück hier von dem Hinteren. So, jetzt mache ich mal ein Feuerzeug an. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Wald, haben drei, vier, fünf Bäume umgesetzt, gehen zu einer zugelassenen Feuerstelle und da macht ihr mal ein Lagerfeuer schön. Und jetzt kommen Sie dieser Hose irgendwie etwas zu nahe. Wissen Sie, was dann passiert? Schauen Sie sich das mal an. Wenn Ihnen diese Hose brennt, und die brennt sofort und augenblicklich. Übrigens, die Fasern brennen noch viel schneller und tropfen genauso. Wenn Sie damit erstmal ins Feuer geraten sind oder in einem Waldbrand mit einer Schnittschutzhose, dann würde ich sagen, dann ist Ihre Haut auch nicht mehr zu retten. Dass die so feuergefährlich sind, ich habe dieselben Versuch gemacht mit dem Stoff einer Levis. Da habe ich mein Feuerzeug eine ganze Zeit ranhalten können. Da ist gar nichts passiert. Aber bei dieser Sicherheitsschutzhose, schauen Sie mal, was da runter tropft. Also ich denke mir, da hätte man sich doch irgendwas anderes auch einfallen lassen können. So, wenn ich da jetzt anfasse, dann habe ich verloren. Dann bleibt das auf der Haut hängen und brennt mir bis zum Knochen durch. Das ist wie Phosphor. Also nirgends habe ich einen Hinweis gefunden bei Schnittschutzhosen, dass die so feuergefährlich sind. Auch hier diese Fasern, ich will die jetzt nicht mehr weiter abbrennen, aber die brennen sofort ab. Sehen Sie das? Die kann ich wegschmelzen wie nichts. Die gehen wie Butter, die hängen noch ein paar raus. Schauen Sie mal hier. Wusch, wie schnell die weg sind. Also wer mit so einer Schnittschutzhose mal irgendwie in einem Waldbrand gerät oder zu nah an einem Lagerfeuer, weil er vorher ein paar Bäume umgesägt hat und seine Hose nicht ausziehen will, der hat verloren. Und da frage ich mich, warum ist das nirgends vermerkt? Ich habe jetzt verschiedene Hersteller und so weiter untersucht. Die reden da alle von diesem Material. Das ist scheinbar alles dasselbe Material. Aber wie feuergefährlich dieses Material ist, dass es sofort und augenblicklich brennt, sich hochzieht und mit der Hand zum Klopfen nicht zu löschen ist, weil man praktisch schon zu löschen ist, aber dann hat man das ganze heiße Plastik in den Fingern und auf der Haut, das ist wie Phosphor. Das steht nirgends geschrieben. Also, dass man da sich nichts hat einfallen lassen, sie soll leicht sein, aber man muss sie deshalb auch gleich brennen. So, meine Damen und Herren, das ist erstmal zu dem Thema. Anderes Thema. Einen Moment. Ja, anderes Thema. Viele Ratschläge gehen immer dahin, man soll doch, um das Gehör zu schützen, beim Sägen einen Gehörschutz tragen. Hört ihr mich? Ja, ich höre euch schlecht, aber ich würde jetzt kaum was von der lauten Säge mithören. Und dass ich hier diesen Schutz runtergesetzt habe, okay, das ist in Ordnung. Aber, wenn ich draußen im Wald bin und ich habe den Ohrschutz drauf, 80, 90 Prozent aller Bäume, bevor die fallen, und das ist ja der entscheidende Augenblick, da knarren die erstmal. Da hat man also schon mal eine kleine Vorwarnzeit und weiß, aha, jetzt wird es gefährlich, weil die meisten hocken dann unten an ihrem Dings und hören gar nicht, wenn der oben umfällt, mit zuhunden Ohren. Ich frage mich, wo da der Schutz ist, wenn ich nichts höre, wenn mir der Baub auf den Kopf fällt. Ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, dieses ganze Schutzgelaber, ja, das könnt ihr euch am Arsch schieben. Wenn ich allerdings auf dem Sägebock jetzt meine Balkensäge oder Holzkleinsäge, dann habe ich dort einen liegenden Balken, einen liegenden Holzstück und den säge ich klein. Da ist das Ding hier interessant und da ist auch das interessant. Aber wenn ich draußen im Wald bin und ich höre nicht mehr, wenn der Baum umfällt, dann ist es absoluter Schwachsinn. Also kommt mir nicht immer mit dem Gelaber, wenn ihr seht, dass jemand einen Baum umsicht, ja, der hat keinen Gehörschutz, der hat keinen Gehörschutz. Na klar, vielleicht will er noch nicht sterben. So, sind wir erstmal dabei. Was ich sinnvoll finde, das sind solche Schuhe hier. Oh, mal gucken. So, das sind stabile Schuhe. Die haben so eine Stahlsohle, haben eine Stahlkappe drauf. Da würde ich sagen, das ist was Sinnvolles, gerade wenn man mit Holz arbeitet, wenn man irgendwas umsägt, was einem auf den Fuß fallen kann. Aber sich die Ohren zumachen, das ist keine gute Idee, wenn man draußen im Wald sägt oder überhaupt einen Baum umsägt. So, das wollte ich nur noch sagen. Nummer 1, warum steht nirgends wie gefährlich und feuergefährlich und leicht extrem brennbar und fast nicht löschbar eine Schnittschutzhose so leicht brennt? Warum? Und warum wird das nirgends erwähnt? Ich höre immer bloß dieses Sicherheitsfanatiker. Ich habe mir ungefähr, ja, würde ich sagen, 100 Videos angeschaut, wo es zu sogenannten Sägeunfälle kam, Kettensägenunfälle. Kommen wir gleich weiter. Na, was ist, geht jetzt? Ja, geht, Entschuldigung. Habe ich jetzt nicht gesehen, ob sie an ist. Also, Kettensägenunfälle. Mein Gott, mach mal. Die Kettensägen können 90 Prozent, ach, 95 Prozent, nichts für die Unfälle. Was sind denn das für Unfälle? Das sind Leute, die auf irgendwelchen Leitern steigen, 10 Meter, 15 Meter Höhe und dann seitlichen Ast nehmen und den abschneiden und sich dann wundern, dass dieser Ast nicht einfach runterfällt und sie Juhu rufen, sondern dass er anfängt zu schwingen und sie vor der Leiter knallt. Ja, mal hör mir doch die Säge in der Hand. Ja, sie sind ja schlau halt eben. Wer sich mal bei YouTube diese ganzen sogenannten Kettensägenunfälle anschaut, sieht sofort, dass 60 bis 70 Prozent der sogenannten Unfälle mit Kettensägen, wo die Kettensägen nichts zu tun haben oder im Wald oder beim Holz fällen damit zu tun haben, dass die Leute einfach zu blöd sind, dass sie nicht wissen, was ein Rückschlag ist, dass sie nicht wissen, was ein Kickback ist und dass sie ihre Sägen teilweise auch so eingestellt haben, dass sie noch weiterlaufen, während sie schon Gas weggenommen haben. So, Delle, und gerade die Leute, die auf Leitern steigen, das sind die, die die meisten sogenannten Kettensägenunfällen verursachen. Dabei sind es gar nicht die Kettensägen, sondern das ist die pure Blödheit, weil sie einfach nicht sich vorher informieren und mal ein bisschen schlau machen halt, was passieren kann. Die sollten vielleicht mal an einem kleinen Apfelbaum anfangen oder beim, würde ich so einen japanischen Bonsai. Okay, lange Rede, kurze Sinn, was ist das Zweite? Das Zweite ist, beim Fällen das Geiste runterfallen. Da ist so ein Helm in Ordnung. Will ich nichts gegen sagen. Die dritte Sache sind, bei den sogenannten Bäumen zersägen, die am Baum sind oder wenn es Hänger sind. Das heißt also, wenn die Bäume hängen, dann ist immer die Frage, wie kriege ich den Baum umgesägt? Da ist Spannung drauf. Und dann gibt es noch das Problem, dass Bäume sie spalten oder hochfahren, wenn sie gespalten sind, zurückschlagen. Und dann, und das ist eine der Hauptursachen von Unfällen, die jetzt auch wieder nichts mit der Kettensäge zu tun haben, weil die Leute ihren Arbeitsplatz ringsherum nicht sauber machen und nicht schnell genug den Rücklauf antreten können. Nicht schnell genug wegrennen können, weil sie dann gleich auf die Fresse fliegen, dann erwischt sie den Baum. Und dann kommt es noch, wenn der liegende Baum, gerade die Äste, die unter Spannung sind, wenn sie dann sägen und sich wundern halt eben, dass sie die Äste in die Fresse kriegen. Aber ein reiner Kettensäge, und schaut mal bei YouTube nach, wie viel ihr da findet, wo es tatsächlich, ich habe eigentlich bloß zwei Videos gefunden, wo man sieht, dass sich jemand mit der Kettensäge geschnitten hat. Alles andere sind sogenannte Übungen oder eventuell Fälle und so weiter oder Erzählungen von irgendwelchen Leuten halt eben, ja, der hat sich das Bein abgesägt. Also, Nummer 1, Fazit, Helm, hier, völliger Blödsinn. Ich höre nicht mehr, wenn der Baum knackt. Sichtschutz ist in Ordnung, aber nicht, wenn ich draußen bin, sondern bloß, wenn ich am Bock arbeite. Genau wie mit dem Gehörschutz. Und, Schnittschutzhose, darauf hinweisen, dass die Dinger im Prinzip saugefährlich sind, wenn man mal kleine Party im Wald feiert, kleines Lagerfeuer macht, wie gesagt, jetzt kommen gleich, ja, du darfst ja mal kein Feuer im Wald machen. Ja, ihr Idioten, es gibt überall offizielle Plätze, wo man grillen darf und wo man kleines Lagerfeuer machen kann. Außer im Kopf drauf an, welche Waldbrandstufe es gibt und so weiter. Aber darüber wollen wir ja gar nicht reden. Ich will bloß gleich den Leuten den Wind aus den Regeln nehmen, die aus dem Mund nehmen, die für allen Scheiß irgendwie einen Kommentar abgeben und wie gesagt, selbst zu blöd sind, überhaupt eine Säge anzuschmeißen. So, das wollte ich eigentlich noch mal sagen. Ich weiß, dass ich mir jetzt mit dem Hinweis auf diese Hose, ich habe es Ihnen ja auch gezeigt und wenn ich jetzt mehr Fäden hätte, könnte ich Ihnen mal zeigen, wie schnell diese sogenannten komischen Acrylfäden oder weiß ich was da ist, also ich kenne das Material nicht, aber die brennen wie zu und da wusch sind die weg. Dann qualmt es so ein bisschen, da fliegen so eine Fügel rum und dann hat sich das erledigt. Und wenn die auf der Haut brennen, ja, da haben sie keine Chance nicht. Da kriegen Verbrennungen, die haben es ihr Leben lang. Gut, das, darauf wollte ich noch mal hinweisen, Schnittschutzhosen. Und dann schauen Sie sich auch vielleicht mal an, wenn Probe gemacht wird mit Schnittschutzhosen, was dann tatsächlich passiert. Selbst wenn die Kette nur ein bisschen an einem Bein rankäme, die Schnittschutzhose, zieht sie sofort ans Bein. Sie steht dann. Zumindest soll sie das. Aber wenn sie vor 15.000, 20.000 Umdrehungen im Volllauf ist, da ist die Frage, ob sie dann auch noch steht. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, wo man gespaltener Meinung sein kann. Zieht eine Kettensäge das Bein durch die Schnittschutzhose erst richtig ans Bein ran oder ist es schneller, dass sie ausgeht. Da gibt es Vorschriften, die angeblich da funktionieren sollen, aber ich habe noch kein Video gesehen, wo es einer tatsächlich am eigenen Leibe versucht hat. Immer bloß ein Holzstück hingelegt und da ist fast nichts drin, alles klar. Aber das hat nichts mit einem Bein zu tun. Gut, darüber will ich jetzt aber nicht näher eingehen, weil wie gesagt, ich habe keine Videos gesehen, wo jemand die Schnittschutzhose direkt ausprobiert hat und ich möchte das auch gar nicht, dass das jemand macht im Video, weil die Leute wissen schon, warum sie es nicht machen, die sich jeden Tag mit Ketten, jeden Tag mit Ketten arbeiten und damit ausgehen. So, das wäre es einmal. Was ich wichtig finde, übrigens diese Gelenkschütze hier, ihr könnt euch ja auch mal so eine Schnittschutzhose kaufen, die Nummer 56 hat und ihr braucht in Wirklichkeit bloß Nummer 52, dann habt ihr diese Stücke hier und näht das alles zusammen. dass das hier dritte bleibt und ich finde, dass gerade dieser Bereich des Armes hier relativ wichtig ist, weil hier sind die Pulsadern und wer sich hier rein sägt und nicht schnell genug Hilfe hat oder in seiner Panik nicht abbinden kann, der hat verloren, der verblutet innerhalb von ungefähr, ich weiß nicht, sechs oder sieben Minuten. Hier finde ich sowas interessant, dass man sich sowas vielleicht baut. Natürlich kann man jetzt sagen, kauft ihr die Schnittschutzjacke, aber wenn Sie wissen, wie schwer allein diese Hose ist, dann doch eine Schnittschutzjacke, vielleicht kann ich mich dann noch irgendwann mal bewegen halt eben, ich war und arbeiten halt eben und dann, weil im Winter ist es ja in Ordnung, aber im Sommer, da wird es dann schon ein bisschen problematischer halt eben. Gut, das wäre es mal für heute und jetzt könnt ihr mich alle wieder platt machen, weil ich hier so ein Sicherheitselement so in Frage gestellt habe. Alles klar, ich wünsche euch noch einen schönen Osterdienstag, da soll es ja wärmer werden, na dann gucken wir mal halt eben. Euer Buchheimer. Jo, jetzt kriege ich aber wieder Haube. Eieieieieiei, jetzt kommt wieder die Stilisten-Dolmara.